Hey, Hux hier zu einem weiteren Tutorial. Ja, heute ist es endlich soweit und heute werden wir starten. Wie baue ich meine eigene Schanze in DSJ4? Heute werden wir uns anschauen, Programme, erste Einführung bis hin zum ersten Testsprung. Ja, ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, aber ich würde mal sagen, schauen wir uns als erstes natürlich mal das Programm an. Ja, das Programm. Das Erste, was ihr natürlich braucht, ist ein Programm, um das ganze Ding zu schreiben. Und ja, das Erste, was ihr dafür braucht, ist zum Beispiel Notepad++. Das kann man hier einfach bei Google eingeben, sollte der erste Eintrag sein, hier notepad++.org. Und dann klickt ihr auf den Link. Dann muss ich das ein bisschen hier verschieben. Und dann sieht man hier drüben, dass man es besser sieht, hat man hier, ich mache das ein bisschen größer, so. Na, komm schon. Ich möchte das Ganze nicht verschieben. So, so. Da sieht man das ein bisschen besser. Hier sieht man die ganzen Versionen. Und dann nimmt man hier irgendeine Version. Ich habe, glaube ich, die 788 genommen. Ist jetzt aber nicht weiterhin tragisch. Nehmt einfach eine Version. Ladet die runter. Und wenn ihr das öffnet, sollte das dann mal so aussehen. Und zwar in Form von dem hier. So. Ich habe das ein bisschen kleiner gemacht. Das sollte dann so aussehen. Ein leeres Papier quasi haben. Dafür mache ich das Ganze wieder ein bisschen größer. Da wir hier ein bisschen was gucken müssen. Gut. Was müssen wir als nächstes machen? Wir werden das erste Mal hier zum Beispiel die ersten Schritte machen. Ich kopiere das mal gleich hier rein. Das ist nämlich das hier. Das erste ist mal natürlich irgendwas zu schreiben. Und dann können wir zum Beispiel das Ganze hier wieder schließen. Brauchen wir natürlich das hier. Das ist mal das Wichtigste. Und zwar, wenn ihr nicht wisst, was das heißt. Das ist eine Sprache, eine Programmiersprache. Die nennt man XML. Und das wäre zum Beispiel mal jetzt ein ganz einfacher Ansatz mal hier zu starten. Und zwar müsst ihr dann hier auf Language gehen und das erst mal auf XML auswählen. Gut. Dann habt ihr das Niedrigste, das Einfachste zumindest schon mal hinter euch. Alles klar. Dann gehen wir mal zu den ersten paar Schritten über. So, falls ihr euch fragt, was XML ist, da werde ich ein Video unterhalb dieses Videos verlinken, weil ich gehe davon zumindest aus, dass man dann so ein bisschen Ahnung davon hat. Das würde nämlich hier den Rahmen etwas sprengen. Aber wenn man so die, man muss es nicht unbedingt kennen können, um hier das zu schreiben. Ich kann es ja, ich verstehe es auch nicht hundertprozentig. Aber auf jeden Fall, was XML ist, falls ihr interessiert seid, das ein bisschen anzuschauen, ein bisschen mehr, ein bisschen besser kennenzulernen, wird ein Link in der Videobeschreibung dann zu einem Video verlinkt sein. Ja, aber hier erst mal dazu, wie man das jetzt Ganze baut. Es gibt ja auch auf ds24.pl eine Übersicht, die werde ich euch jetzt zeigen. Ich muss nur gucken, in welchen der Tabs ich die hier alles drin habe. Das wäre dann, das können wir ja schließen hier mal, das haben wir ja schon gemacht. Und dann haben wir hier auf ds24.pl, hier sind wir bei der Hill Database, auf das ist die Startseite. Dann gehen wir hier auf Documentation und dann haben wir hier die ganzen Introductions, die ganzen Tabs auf der Seite, die sind wichtig. Und auf diesen ganzen Tabs stehen dann eben Sachen, wie hier zum Beispiel, da haben wir Introduction Tips, Getting Started, etc. Da kann man natürlich auch Sachen beachten und die werde ich auch auf jeden Fall versuchen, so gut wie möglich darauf einzugehen, auch nochmal ein Video nachzubringen, falls dieses nicht genug ist, um nochmal auf Fragen einzugehen. Also keine Sorge, das werden wir schon irgendwie hinbekommen. Vielleicht muss ich das Video auch ein bisschen aufteilen oder es wird echt, echt lange. Ich weiß es nicht. Eins der Dinge wird auf jeden Fall passieren. Also gut, starten wir mal mit der Introduction an sich. Wir haben, das ist eine kleine Informationsreihe hier, was quasi Sachen sind, was damit halt quasi, damit wir wissen, was hier geredet wird. Es gibt quasi ein Parent Element, das ist das Überelement, das wir dann hier zum Beispiel in diesem Sinne schon auf dem Notepad hier haben. Das wäre quasi das D-Hill. Das ist allem untergeordnet. Das bedeutet, wir brauchen das ganz zum Schluss wieder und alle Werte, die ihr macht, egal wie viele Zeilen es sind, kommt D-Hill ganz am Ende hin. Dann gebe ich uns da mal ein bisschen Platz dazwischen. Vielleicht ist es auch nicht schlecht, wenn ihr für Übersichtssachen vielleicht einmal ein bisschen mit Tabulator in die Mitte geht, dass ihr das so ein bisschen aufteilen könnt, dass ihr ein bisschen bessere Übersicht habt. Das mache ich auf jeden Fall, wenn man das hier mit den Sachen hier zum Beispiel mal vergleicht. Aber ich will euch da nicht mal überfordern mit. So, jetzt sind wir mal hier erstmal. Ich muss das wieder schieben, das ist wieder so eine Sache. So, das hier wird hochgeschoben. Das hier ist die Geschichte. Okay, perfekt. Gut, dann würde ich mal starten mit den ersten Sachen, die hier wichtig sind. So, wir starten mal mit den ersten Elementen hier. Das sind Longitude, Latitude, Orientation, Timezone und Altitude. Gut, das sind quasi die Längengrade und Breitengrade. Und das ist die Seehöhe zum Beispiel. Dann haben wir hier eine Orientation, wie die Schanze eigentlich steht. Ist aber jetzt nicht so wichtig. Das ist nur quasi ein Kreis, wo man sich vorstellen kann, ja, da steht jetzt quasi 5 Grad zur Sonne oder so kann man halt Norden, Westen, Osten definieren, mehr oder weniger, wohin die Schanze zeigt. 5 Grad wäre zum Beispiel leicht Richtung Norden und Richtung Osten zeigend. Zum Beispiel. 90 Grad wäre dann zum Beispiel Osten und 180 Süden und so weiter und so fort. Also so in die Richtung halt. 270 dann halt Westen, ne? Ja, um das jetzt zu verstehen. Die Timezone ist natürlich auch wichtig. Es ist natürlich von Greenwich Main Time, beziehungsweise wäre Null. Und alles andere davon ist links oder rechts, dass man auch die Uhrzeiten dann korrekt hätte zu den echten Zeiten dort, wenn das Sinn macht. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt machen muss. Kann man aber, muss man aber nicht. Aber es ist ein nettes Feature, dass es dann halt funktioniert. Gut, das zeige ich jetzt mal hier. Hier, was es dann in dieser Schrift dann zu tun hat. Auf jeden Fall wichtig sind hier, man muss das so mit den Klammern auf jeden Fall schreiben. Hier hupt jemand die ganze Zeit unten auf der Straße. Das irritiert mich ein bisschen. Ganz wichtig ist immer, das so zu starten. Das, was hier jetzt lila markiert ist, Dehill, weil ich muss das auch mal ein bisschen nach unten gehen, dann sieht man das, ist ganz wichtig in dem Sinne. Das ist ein Element und alles, was da reinkommt, ist dann die Schanze. Und es muss immer mit einem offenen Tag starten und dann hier wieder geschlossen werden, was da reinkommt. Und am Ende, das ist quasi der Öffnungstag, wie auch immer man das nennen möchte. Und hier das, was das Ganze wieder schließt. Das ist hier in dem Sinn dann die eckige Klammer geöffnet. Slash Dehill. Gut. So, dann switchen wir wieder auf die nähere Ansicht. Kann ich das ein bisschen kleiner machen, dass man das auch besser sieht vielleicht hier noch. Dass man das hier ein bisschen ran zoomen könnte. So, wäre das möglich? Ich glaube, nee, nicht ganz. So. Dann wäre das hier dann geschlossen. So, sollte man das dann schreiben. Das ist dann korrekt. Und das, sonst funktioniert auch ein Befehl nicht und das Programm wird es sagen. Auch wichtig ist, wenn man einzelne Werte eingibt, dass es immer quasi mit den Gänsefüßchen, halt in Anführungszeichen, hier anfängt und ändert. Nach einem ist gleich. Das ist sehr, sehr wichtig. Hier die roten sind die einzelnen Befehle, mehr oder weniger, die man dann eingeben kann für gewisse Linien. der Schriftweise. Ich muss das hier, ich versuche das hier gerade einfach zu erklären. Also, ich verstehe die XML-Sprache nicht sowieso nicht hundertprozentig, aber zumindest so viel davon, dass ich hier ein Tutorial geben kann für die Schanzen in DSJ-4 zumindest. Also, ich verstehe halt, man muss halt auch viel vergleichen. Ich habe am Anfang, als Anfängertipp kann ich nur geben, vergleicht mit bestehenden Schanzen. Es ist unfassbar hilfreich, wenn man einfach vergleicht am Anfang und einzelne Teile vielleicht kopiert und dann Werte ändert und sieht, was die machen. So habe ich das quasi auch gelernt. Und ja, aber jetzt mal zu den ersten Teilen, die wir hier jetzt gesehen haben, was eben als Longitude etc. pp. ist. Gut, das wäre dann alles hier, was hier ist. Ich weiß nicht, sieht man die Maus? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist ein Problem, glaube ich, eventuell. Aber es ist halt hier daneben. Doch, man sieht sie. Okay. Das ist alles, was hier drinnen ist, werden wir jetzt hier umsetzen. Okay. Aber das ist in jeder Schanze. Das heißt, ich würde es empfehlen, wenn ihr das alles kopiert. Aber wenn das jetzt einzeln mal durchgehen, was was hier macht. Gut, ich kopiere mir das jetzt mal rüber, einfach mal, um das hier zu zeigen. So, ich mache dann den hier und dann haben wir mal hier eine Location. Das wäre das Erste, was man hier braucht. Das ist der ganze Tag dafür. Der ist dann schon geschlossen. Das passt dann. Und weil der eben auch hier mit dem Slash ändert. Der Slash zeigt immer, wenn es was geändert. Aber wenn es nicht in der gleichen Zeile ist, muss man immer eben dieses D-Hill machen. Was ja ganz am Ende schwer zu erkennen ist für euch gerade. Aber hey, hier ist es. Aber ich muss es so ungefähr mal kurz zeigen. So, jetzt haben wir das Größere wieder hier. Perfekt. Okay, wir haben hier die Latitude, die eben. Und die Longitude, die findet ihr, wenn ihr den Ort sucht, wofür ihr euch entscheidet. Findet ihr dann meistens die Koordinaten dafür. Und dann gibt man die hier eben ein mit mindestens drei, vier, fünf Kommastellen. Kann man das schon machen. Wichtig ist auch, dass das die englische Schreibweise hier ist. Also kein normales Komma machen, sondern hier einen Punkt. Denn der ist quasi im schriftlichen Verkehr vertauscht im englischen Bereich. Sprich, es ist ein Punkt bei Kommazahlen und ein Beistrich bei Tausenderstellen im englischen Bereich. Jedoch braucht man die Tausenderstellen hier nicht mit einem Komma schreiben. Das ist dann zumindestens das gut. Dann haben wir hier fünf Grad gedreht. Ja, das habe ich einfach rauskopiert. Das muss jetzt nicht unbedingt fünf Grad sein. Das kann irgendwas sein. Das ist einfach nur, dass man hier so, dass man hier was stehen hat. Man kann hier alle Werte eingeben zwischen 0 und 360. Die Timezone wäre zum Beispiel hier jetzt für Kitzbühel, was ich hier gerade vorhabe, ist einfach GMT plus 1. Also 1 hier eingeben. Für England oder so irgendwas. Ah, für England wäre es dann 0 zum Beispiel. Oder für Amerika so irgendwas zwischen minus 6 und minus 8 und so irgendwas in der Richtung. Ja, dann haben wir hier die Altitude, was eben die Seehöhe ist. Die Stadt, die ich hier suche, die ich hier haben wollte, ist halt 762 Meter hoch. Gut, das wäre alles für Location. Dann gehen wir mal weiter. Das sind hier die ganzen Sachen, die vielleicht jetzt erstmal unwichtiger sind. Da springe ich wieder hier rüber. Die sind hier markiert. Das sind Werte, die es sein können, die jetzt Typen einfach sind. Einfach verschiedene Typen, aber sind vielleicht doch nicht 100% so wichtig. Das Einzige, was hier eher wichtiger ist, ist das hier. Und zwar die Textur, das Material und die Farbe. Also hier die Textur, da hat man immer einen Ordner. Die findet man meistens unter einem gewissen Ordner. Den zeige ich dann euch auch gleich, sobald ich das erste Beispiel habe. Aber Textur, Material und Farbe, das ist das Wichtigste. Und die Farbe muss man hier immer schreiben mit einem 0x. und dann kann man zum Beispiel auf irgendeiner Seite den Hexacode einfach suchen, der hier zum Beispiel hier angegeben ist, mit diesen Zahlen und Buchstaben, weil er zwölfstellig ist, glaube ich, oder sechzehnstellig, irgend sowas. Und dann kann man halt nur von 0 bis 9 in Zahlen ausdrücken. So war das irgendwie. Keine Ahnung genau, aber so ist das ja. Nun ja, dann gibt es noch quasi gewisse Referenzen, die man nicht überall hat. Das sind zum Beispiel Sommer und Winter. Gibt es ein paar Sachen, die man auswählen kann. Und auch Referenzen. Das ist hier zum Beispiel Referenz X. Die referenziert eine X-Ebene dann später. Das kommt aber alles noch. Das ist jetzt nur mal hier erstmal, um ein paar Sachen kennenzulernen. Gut, dann gehen wir über zur nächsten Linie. Als nächstes geht es dann mal los mit dem, das war jetzt erstmal die Location. Dann gehen wir mal hier über zum Wetter. Hier ist das Wetter. Gut, das ist quasi der Parent Name. Das kommt alles unter Hill. Das kommt immer meistens alles unter Hill. Manchmal muss man nur wieder ein unteres Element unter Hill aufmachen. Das kommt alles unter Hill und das wäre dann eben die Linie Weather, also fürs Wetter. Da haben wir verschiedene Sachen, wie zum Beispiel Pollution, den ersten Schnee des Jahres, den letzten Schnee des Jahres, den maximalen Schnee, der liegen kann. Dann gibt es noch den Regenniederschlagswahrscheinlichkeit und die Nebelwahrscheinlichkeit. Und hier stehen immer diese Werte, die maximal erlaubt sind. Also ich würde euch die Seite trotzdem empfehlen. Auf jeden Fall, das Video allein wird euch nicht reichen. So viel ist mal sicher. Gut, dann haben wir hier zum Beispiel Pollution. Dann, wie gesagt, noch, das kann zwischen 0 und 1,0 sein. Also es scheint nur eine Nachkommastelle zu supporten auch. Das ist auch vielleicht wichtig. Der erste Schnee sind die Tage im Jahr. Das kann also zwischen dem 0. Tag, was keinen Sinn machen würde, glaube ich, und dem 365. machen. Also ich glaube, 0 ist eher so dafür da, ist der gleiche Tag wie der 365. oder wieder der 1.. Ich weiß es jetzt nicht so hundertprozentig, was 0 macht, aber ich denke mal, dass eventuell, wenn 0 drin steht, es immer Schnee ist oder gar kein Schnee. Eins von den beiden wahrscheinlich. Ich bin mir da nicht sicher. Aber ja, so ist es halt. Ich glaube, die Werte funktionieren nur so und dann sind halt 366 Tage, wie auch immer, im Spiel auch. Was soll's. Okay, dann haben wir natürlich auch, das schaut dann hier dann so aus, erst mal hoch. Dann schaut das hier erst mal so aus. Dann wechseln wir wieder den Zoom-Grad. Hier, da haben wir die Location. Das würde dann so ausschauen, um das hier mal zu beschreiben. Dann haben wir hier Wetter, dann die Pollution in der Luft, sehr, sehr clear. Ist mit 0, nicht so schlecht dran. Dann, ich muss nur mal kurz das wieder ein bisschen, ich muss hier immer ein bisschen was kleiner oder größer machen, um das hier dann wieder besser zu zeigen. Das ist jetzt wieder ein Bild, sehr gut. Dann haben wir hier die Pollution. Dann, die habe ich hier mit 0 festgelegt. Den ersten Schneetag, Tag 300. Den letzten Schneetag, irgendwann im März, mit Tag 90. Dann der maximale Schnee, wenn einer fällt, sollte eigentlich ungefähr bis 1 sein. Also wird es wahrscheinlich keinen Unterschied machen, wenn hier 1,5 steht. Also das ist das gleiche wahrscheinlich wie 1,0, weil das eben der Maximalwert ist. Bei manchen Werten muss man aber aufpassen, wenn man einen höheren Wert eingibt. Da kann es nämlich dann passieren, dass man keine, dass das Spiel dann abstürzt oder die Schanze nicht lädt. Also hier macht es noch nichts. Hier wird es dann wahrscheinlich einfach zurückgesetzt auf 1,0. Also kein Problem. Okay, dann gibt es die Regenwahrscheinlichkeit. Das ist nämlich der lange Name hier. Am besten, wie gesagt, aus einer existierenden Schanze einfach die ersten paar Linien mal kopieren und dann einfach die Werte, wie man sie braucht, austauschen. Das ist jetzt mal zumindest das, was ich mir hier in dem Fall denke. Okay, schiebe ich das noch ein bisschen rüber hier, dass man das besser sieht und dann noch ganz zum Schluss hier eben die Wahrscheinlichkeit des Nebels mit 0,2. Da habe ich die mal festgelegt. Also, dass es nicht immer regnet auch und dass es auch nicht immer nebelig ist, weil das wechselt sich ja so ein bisschen ab. Ich glaube, das ist nicht beides gleichzeitig der Fall sein kann. Gut, das war dann das und dann kommen wir noch zu der letzten wichtigen Linie, bevor wir hier die ersten Basisinformationen für die Schanze mal am Start haben und das wären hier die Zeit an sich und also die Maximalzeit, wo man auf dieser Schanze im Weltcup springen kann, was bei mir hier zwischen 9 Uhr und 15 Uhr ist, dass man zum Beispiel alles, was nach 16 Uhr ist, braucht man Lichter und ich glaube auch vor 9 Uhr ist im Spiel zumindest so der Fall, dass es gerade die Sonne aufgeht. Also, ich weiß nicht, ob die Sonne schon um 8 Uhr oben ist oder um 9 Uhr erst. Das kann ich nicht sagen, das ist nicht ganz so akkurat und ich weiß auf jeden Fall, dass zwischen diesen beiden Stunden nur Helligkeit herrscht und das ist wichtig, falls man keine Lichter an sich baut, denn das gäbe es zum Beispiel auch noch. Gut, weiter geht's. Dann erst mal, muss ich noch mal kurz, das wären mal das, die ersten kleinen Schritte hier und jetzt kommen wir gleich zum nächsten großen Punkt. So, weiter geht's mit dem nächsten und zwar nämlich mit dem Inrun. Das ist ein sehr großes, wichtiges Thema auch. Erst natürlich müssen wir das einmal öffnen und dann packe ich hier gleich mal den, dass wir nicht vergessen, den Closing Tag natürlich auch hier rein, um das Ganze wieder zu schließen. Man sieht, das wird dann auch lila in meinem Fall, dass das alles hier passt. Und alles, was jetzt kommt, setzen wir wieder dazwischen rein, aber nicht vergessen, der Hill ist noch immer offen, denn den müssen wir erst ganz zum Schluss wieder schließen, deswegen habe ich ihn gleich am Anfang hier reingepackt, der hier ganz unten in Zeile 65 ist, den ihr gerade nicht sieht. Aber ich kann den mal hochbringen, dass ihr den sieht eventuell. So, der ist jetzt nicht so wichtig. Der am besten immer gleich am Anfang setzen, weil sonst wird die Schanze nicht funktionieren, wenn das nicht hier steht und hier auch nicht geöffnet wird. Das sind alles noch Unterpunkte und der Unterpunkt bekommt quasi einen anderen Unterpunkt, sozusagen, wie wenn man eine Aufzählung machen würde. muss man sich das vorstellen. So, und hier kommt als erstes rein, zum Beispiel, weil wir hier ja jetzt schreiben können, machen wir hier erstmal eine Zeile wieder und werden das dann ein bisschen nach innen verschieben. Zum Beispiel erstmal hier hin. Gut, und dann packen wir den Inrun auch weiter nach unten. Einfach mal, dass wir ein bisschen Platz haben. So, und wir starten jetzt mal mit dem Startbanner. Der steht nicht wirklich auf der Webseite, aber den braucht man auf jeden Fall auch, denn das ist quasi, wenn ich das jetzt hier öffne, sieht man hier das hinten. Hier steht Zakopane im Hintergrund. Oh, huch. Hier steht man Zakopane im Hintergrund. Das ist dann, was man benötigt. Gut. Weiter geht's dann hier mit, eben hier steht dann Kitzbühel. Ich muss das noch großschreiben, weil sonst funktioniert das nicht. Das muss man nämlich nur in Großbuchstaben schreiben, sonst funktioniert das nicht. Ja. Das ist nämlich auch noch eine wichtige Sache. Die Text-Startbanner, das ist quasi wie auf der Z-Ebene, wie das eben verschoben ist. Dazu werde ich mal kurz Paint öffnen, um das hier besser zu verdeutlichen. Es ist ja ein Koordinatensystem, mit dem hier gearbeitet wird. So, ich brauche hier nur, dass eine dicke rote Farbe, das ist nämlich ein Koordinatensystem, mit dem gearbeitet wird. Das sind nämlich X, Z, und dann X, also, ne, ich markiere das mal. Hier haben wir das dreidimensionale Koordinatensystem. Das ist die Z-Richtung, oder halt die Minus-Z-Richtung, plus Z, dann Minus-Y, Plus-Y, Plus-X, und hier dann eben wieder hoch den Berg, Minus-X. So muss man sich das ungefähr vorstellen, und das, wenn hier der Absprung wäre, in dem Falle sieht man dann, ach, ich will es mal kurz, wenn man, also den Berg hinunter ist quasi das X, den Berg entlang verschieben ist dann Z nochmal, und hoch und runter ist dann Y. So, so kann man sich, glaube ich, das noch besser vorstellen, als wenn ich hier links das komische System hier einzeichne. Das ist mal wichtig, das auch zu verstehen, dann weiß man schon mal ein bisschen mehr, und dann hat man gleich mal auch alles einfacher. Deswegen hier, das ist auf Z0 verschoben, ich glaube, das muss man auch nicht eingeben, unbedingt, aber es wäre nicht schlecht, weil dann weiß das Spiel direkt, ja, okay, der Banner ist auf Z0, falls man nämlich die Anlaufspur etwas verschiebt, das gibt es nämlich auch, aber das machen nicht viele, ein paar Schanzen machen das, aber das ist kein Muss, das ist eher kompliziert als gut quasi, das ist ein kleines Detail, was eigentlich keinen Sinn macht, in dem Sinne jetzt. Ja, das ist noch die Textgröße, daher habe ich 0,20 und das ist die Standardgröße ungefähr, also da kann man ein bisschen experimentieren, aber das ist die Standardgröße, die auch im Spiel ist. Und das wäre mal die erste Linie hier, dann kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt und wir kommen hier erst mal zum wichtigsten Punkt überhaupt, denn jetzt machen wir unser Profil. Ja, viele verwirrende Zahlen. So, der nächste und wichtigste Punkt ist vielleicht das Profil. Ja, das haben wir hier nämlich dargestellt. Hier auf der Webseite sind alle Sachen schön angeschrieben, was was ist und wir haben auch die Werte hier direkt drunter stehen und es sind sehr, sehr viele, wie man hier erst mal sieht. Im Endeffekt braucht ihr nicht alle davon, aber so ziemlich alle bis vielleicht auf ein, zwei, drei Werte. Braucht ihr hier alles. Gut, am besten also das hier auch öffnen oder wie gesagt, erst mal irgendwo rauskopieren, dann einfügen, dann ändern, dann gucken, was es macht. Das ist eigentlich immer eine sehr, sehr gute Methode. Gut, dann haben wir das hier jetzt eingefügt. Der I ist der Anlauf an sich, der komplette. Den habe ich hier, der steht normalerweise angeschrieben, aber da im Spiel das nicht immer korrekt sein mag, der ist nämlich auch angegeben und meistens, wenn man eine reale Chance baut, zumindestens eben auch muss man danach gehen. Das ist eben die Gesamtanlauflänge, die im Spiel meistens nicht immer funktioniert, da das Spiel vielleicht ein bisschen, was ich gehört habe, ist es ein Bug, dass es die Anlauf ein bisschen schneller beschleunigt, als es real möglich ist. Deswegen müssen wir bei hier und da bei den Anlauf ein bisschen einsparen und den manchmal ein bisschen kürzer machen. Das ist nämlich das größte Problem, das wir haben, so ungefähr. Dann ES ist von oben gerechnet. Das kleine Stück, das hier gezeigt wird, wo haben wir das, muss ich wieder hier umschalten natürlich, ist das kleine Stück hier oben, das von A nach B hier geht und je kürzer es wird, desto eher wandert es nach A, je länger es ist, je mehr wächst es zu E1 runter und das ist quasi der Bereich, wo dann die Startgates sind. man kann natürlich auch ein größeres ES eingeben und dann ein kürzeres Startgate machen, dann wird es einfach die Startgates, wenn man mich von hier unten dann hochberechnet, dann hat man hier oben zum Beispiel noch einen kleinen Teil, der dann eben, ja, wo man nicht wegfahren kann, für manche Schanzen dann doch sehr nützlich aus, weil nicht jede bis ganz oben von den Startgates her geht. Und solche Kleinigkeiten, wenn man Kleinigkeiten immer fragen hat, am besten immer im Discord melden, denn die Leute dort haben auch eine Ahnung, sonst versuche ich natürlich auch, wenn es schnell geht und ich jetzt direkt weiß, natürlich auch drauf einzugehen. Gut, dann mal geht es hier mal weiter. So, wie schaffen wir es dann weiter zu machen? Ich habe hier das dann eingegeben, das ist eher ein bisschen hingekünstelt, also zumindest das E, das ES ist original empfunden, denn das brauchen wir für später nochmal. T ist die Tischlänge, wo man dann abspringt, ist so ein klein, das nennt man Tisch, das ist so der Absprungdingens, wo man sich eben darauf vorbereitet, wo es dann wieder flacher wird zum Absprung und den sieht man auch in den meisten angegeben. 5 ist sehr sehr lange im Vergleich, manche, die meisten Schanzen haben schon zwischen 4 und 6 Meter, sage ich jetzt mal, die kleineren Schanzen vielleicht noch ein bisschen weniger, aber die Schanze zum Beispiel in Kitzbühel hat eher einen längeren Tisch. Dann Gamma, was wir gesagt haben, ist die Neigung des Anlaufs oben, Alpha ist die Neigung des Tisches quasi, der ist hier mit 8 Grad angegeben, dann der R1 ist der Radius, das ist nämlich der Übergang, der ist ein R1, das ist nicht ein RL, das ist ein 1er, denn nur mal wenn ich ein L eingebe, schaut das ein bisschen anders aus, nämlich hier, dann sieht man unten, dass es ein bisschen länger ist und oben nochmal so ein Punkt hin dabei ist. Das ist nämlich R1 und der ist in dem Fall 61,6, das ist der Radius, der Übergangsradius für von dem Anlauf hier oben, dann zeige ich euch jetzt gleich nochmal eben von der Linie von A bis E1 zu, also das ist quasi der Übergang hier zwischen E1 und E2 und geht halt eben über vom Tisch bis zum Anlauf hier oben, wo man wegfährt. Das ist quasi, huch, das sieht man hier nicht, ja das sieht man doch noch, okay gut, ich dachte schon, ich musste nämlich immer aufpassen mit den Zoomstufen, dass ich da hin und her switche. Ah ja, das wollte ich nochmal hier sagen, ist vielleicht nicht ganz genau gesentert. S ist die Tischhöhe, die ist hier mit 1,2 Meter angegeben und ist in echt, wenn man einen halbwegs realistischen Tisch bauen will, so eben zwischen einen und, naja, einen Meter schon sehr, sehr wenig, aber eher so zwischen, sagen wir mal, 2 und 3,5 Meter im Moment, ein paar Retroschanzen vielleicht auf 4, 4,5 Meter, aber das wurde dann erstmal immer weniger. B1, ja was ist das? Fragen sich vielleicht jetzt wieder viele, da habe ich auch länger gebraucht, um das zu verstehen, das ist hier unten, da muss ich wieder aufs große Bild umschalten, hier unten das B1, hier, das ist die Breite des Anlaufs, das ist die Breite des Anlaufs, des Gesamtanlaufs natürlich dann, wo die Spur ist, also das ist nur die Spur, wo, oder, ne, das ist nicht die gesamte Spur, das ist die gesamte Breite des Anlaufs, das ist die Spur, ja klar, logischerweise, passt schon, sorry, das ist die Breite des Anlaufs steht normalerweise auch in den Daten, wenn man eine reale Schanze baut, sonst muss man da auch irgendwas auswählen und dann ein bisschen umherum experimentieren, so 3, 2, 3, 4 Meter schaut halt realistisch aus und alles was größer ist, nur vielleicht eine Flugschanze, die geht dann ein bisschen in die größere Richtung, würde ich mal behaupten. So, weiter geht's, Z0, Z0 ist, wie, ist eher unwichtig, ich habe es hier trotzdem stehen, um, das Beispiel jetzt ich habe hier nur drinnen auch die wichtigsten Werte stehen, also manche Werte sind hier nicht inkludiert, ich habe jetzt nur mal die wichtigsten reingenommen. Ja, Z0 ist bei manchen Schanzen vorhanden, aber nicht wirklich bei ihr, das ist quasi die Spurrillenverschiebung auf der Z-Achse und das ist eigentlich unnötig, ähm, deswegen habe ich die hier auch mit 0 betitelt, die braucht man nicht unbedingt, nämlich. Weiter geht's mit L, L ist 8, was ist L? L ist hier, wenn man das öffnet, muss ich wieder wechseln auf das hier, sieht man dann genau, es tünnt, so, L ist dann der Wert, denn, die Länge zwischen dem Anlauf in Position zu den Start Gates, das heißt, das ist ungefähr, ähm, die Länge, wo dann die Start Gates anfangen, das ist eben die Länge, die ich am Anfang hier erwähnt habe, dass hier von oben dann eben das L reagiert noch, das ist dann von oben runter gerechnet, bevor die Start Gates dann nachher anfangen. Die Start Gates kann man erst, ähm, die werden wir dann im nächsten Schritt machen, aber das ist nochmal so ein Wert, der jetzt auch nicht unbedingt wichtig ist, aber kann man machen für gewisse, gewisse Chancen nehmen, wo die ganzen Start Gates nicht oben anfangen, aber ich würde den Wert mehr oder weniger öff, mehr oder weniger auf Null lassen, ich habe den nur gebraucht für die letzte Chance, die ich hatte, werde die hier wahrscheinlich nicht unbedingt brauchen, aber ich habe den hier erstmal trotzdem mit eingenommen, um das zu zeigen, was das dann hier und heute heißt. Gut, das hat sich jetzt erstmal verabschiedet, okay, ist wieder hier, sehr gut, dann haben wir das, und das F ist quasi der Teil auf der Schanze, wenn man, das ist hier auch, das muss ich auch mal kurz zeigen, da starte ich auch erst nochmal das Spiel, so, die ist jetzt 4, starten wir mal kurz, das zeige ich nämlich hier euch nochmal kurz, was das genau ist, da schauen wir auf eine Schanze, die das zum Beispiel hat, schauen wir mal, welche die hat, ich musste mal kurz überlegen, gute Frage, ach ja, die ist ja zwei Schanzen, das ist alle, okay, dann schaue ich zum Beispiel mal auf China, ich muss nur kurz das hier umschalten, da sieht man hier oben drauf, gleich mal so, mach ich so, da sieht man hier oben drauf die flache Zone, das ist die Länge des Fs, und wenn man die Null macht, hat man diesen Teil nicht, ist vielleicht, also sollte man sich gut überlegen am Anfang an, ob man so einen Teil braucht oder nicht, denn wenn man das hier falsch einsetzt am Anfang, kann das einem die ganze Schanze so ein bisschen ruinieren und dann muss man alles wieder umbauen, habe ich aus eigener Erfahrung für Eisen jetzt schon mal begangen den Fehler, denn ich hatte das 2 zu lang und dann konnte ich jede, fast jede x-Koordinate auf meiner Schanze um 2 nochmal verschieben, das war auch sehr lustig und hat mich auf jeden Fall ein paar Wochen zurückgeworfen, so, dann haben wir den Punkt mal durch, wie ich dich gesagt, das ist einer der wichtigsten Linien, die man am Anfang schreiben kann, da muss ungefähr alles zusammenpassen, dass man schon mal eine nette Schanze hat, das ist jetzt für eine kleine Schanze, also hier 66 und ein weniger Winkel, kleiner Winkel für eben wenig Anlaufspeed, so, dann haben wir hier Guardrail, das ist jetzt nichts Besonderes, das kann man einfach so kopieren, das kann man jetzt einfach so nehmen, das ist nämlich einfach ein Geländer, beziehungsweise, das ist jetzt die Breite des, der Anlaufspur, genau, das ist die Breite der Anlaufspur, das x10, weiß nicht, was das damit zu tun hat, genau, aber ich habe es einfach so kopiert, ich weiß nicht, was passiert, wenn man das höher macht, wenn man das niedriger macht, da habe ich noch nicht so viel getestet, aber ich würde es einfach empfehlen, das hier einfach so zu kopieren, da würde ich nicht viel rumspielen mit, so, dann gibt es die Track, da gibt es zwei verschiedene, da gibt es einmal die Originale, in Form von Default, welche dann aus Schnee wäre, und da muss man auch noch Schnee ist True hinschreiben, dass Schnee dann vorhanden ist, es gibt jedoch auch noch eine zweite, die ist aus Keramik, die zeige ich euch mal hier dann, in Eisenherz zum Beispiel habe ich die, glaube ich, die ist hier aus Keramik, und dann wäre es noch natürlich falsch, in dieser Hinsicht, diese zwei gibt es, Keramik und Schnee, sieht man auch auf der Webseite, wenn man auf den Trackpunkt geht, gut, das nächste ist dann, erst mal ein bisschen unwichtiger, aber trotzdem wichtig, und ich würde die einfach mal nur kopieren, von anderen Schanzen, außer halt die Nation, das ist nämlich die Flagge, an sich, ich würde es einfach mal lassen, hier sind X-Koordinate, Z-Koordinate, das sind die für den Pfosten wichtigen Dinger, die würde ich vielleicht lassen einfach, würde ich euch empfehlen, dass ich diese Attribute lasse, wie sie sind, die zwei hier, das sind erst mal die wichtigen, die X- und die Z-Koordinate, dort steht nämlich dann, die Flagge auf der Map, die man auf jeder Karte sieht, ohne Flagge geht es nicht, man kann die aber natürlich auch so platzieren, dass sie unter der Karte wäre, um das Ganze hier zu machen, ganz hinten steht noch ein paar Sachen, deswegen werde ich das jetzt so, hier rüber schieben, da sieht man noch Texturen, TF, da steht Textur für die Flagge, Material für die Flagge, und dann haben wir noch, Textur für den Pfosten, und Material für den Pfosten, beziehungsweise die Farbe für den Pfosten, aber das ist eher egal, ich würde es einfach so lassen, wenn ihr das hier so übernimmt, wie gesagt, nur wichtig ist hier das TF, die Textur für die Flagge, da kann man Verschiedenes nehmen, aber ich würde auf jeden Fall nur die drei Buchstaben hier hinten, das sind nämlich die Abkürzungen für die Flaggen, da kann man halt GER für Deutschland, OUT für Österreich, SUI für die Schweiz zum Beispiel, etc., da gibt es auf jeden Fall, da kann man googeln danach, welche Nation welche Abkürzung hat, das sollte kein Problem sein, ich glaube, da sind so ziemlich jede Weltflagge drinnen, hier in dem Ganzen, so, dann zum nächsten Punkt, das wäre dann, bei mir hier, schauen wir mal, das wäre nach Flagge das Startgate, ist auch eine wichtige Sache, denn so kann man dann die Schanze schon mal gut einstellen, den Absprung, so, dann haben wir hier ein Startgate, das wir hier auf Stufe, also das ist, genau, da gibt es hier zum Beispiel Default, Default wäre das Startgate, wo man bei Null Wind wegfährt, hier Maximal und Minimum, ist die Maximal, das sind die Startgate Nummern, also von 1 bis 30, man kann es natürlich auch umdrehen, Min und dann Max schreiben, aber ich habe es so geschrieben, weil, keine Ahnung, ich habe es einfach irgendwann mal rauskopieren und dann umgeschrieben, das ist auch ein wichtiger Schritt, das bestimmt dann im Endeffekt, wie lang der Anlauf ist, wie groß die Startgate Größe ist, das ist quasi ein Startgate, wie hoch, wie viel Zentimeter ist das hoch, lang, wie auch immer, wie viel Zentimeter sitzt man weiter oben, so, besser gesagt, das heißt, ein Startgate ist 58 Zentimeter vom nächsten entfernt, heißt das auf gut Deutsch, das kann man höher machen oder niedriger, niedriger wäre eher realistischer als wie 0,58, das ist eher älter, im Schnitt sind die so zwischen 0,35 und 0,6 sind die schon die Startgates mittlerweile, früher waren die vielleicht einen Meter tatsächlich oder noch länger. Ja, dann haben wir hier einen ganz bestimmten Windfaktor, dafür gibt es eine Datei, nämlich das Windchart, das schiebe ich euch jetzt mal hier rein, das haben wir hier, ist ein ganz super Tool, gibt es nicht auf der Webseite, die gibt es nirgends, die ist nur eine lokale Datei, dafür gibt es nämlich eine Datei namens ds4 Windchart, da kann man jetzt eintippen, da ich diese Stelle leider gemütet habe, da die 7 mein Mute-Knopf ist, das muss ich vielleicht irgendwann ändern, dann wieder mal, ja, da haben wir nämlich auf 1,7 den Hillwert, den man hier den Faktor eingeben muss, nämlich 1,7, dann hat man das Default-Gate, eben 4 mit 0,0 Meter, wo ich den Wind hätte, dann das Minimum-Gate und das Maximum-Gate und dann sieht man, wie und wo hier der Wind sein könnte, von welcher Seite und so weiter und so fort, diese Datei kann man eben im Discord bekommen oder ich kann die auch auf meinen Google Docs packen und wird dann in der Beschreibung verlinkt sein, also schaut schon mal danach Aussicht, wenn ich es vergessen habe, bitte schreibt es mir in die Kommentare, das wäre sehr nett, weil wer weiß, ich bin manchmal echt vergesslich und vergesse es innerhalb von ein paar Stunden, nun ja, ich zeige euch dann noch ein bisschen, wie ich hier rumformule, da kann man hier quasi auch noch zur Seite fahren und das war es dann auch für die Datei, erstmal hier an dieser Stelle. Und als letzter Punkt hier und heute für den In-Run kommen Z und Y, beziehungsweise das heißt die Farben, ja, das ist bei den Gate-Nummern dabei, die sieht man dann hier gleich mal eingeblendet, hier als Beispiel bei Eisenerz und Z beziehungsweise Y sind die Koordinaten, wo die dann stehen und die Size dann die Höhe in dem Fall. Genauso und nicht anders, da könnt ihr es mit Z am besten verschieben, am Y und an der Size würde ich nicht so viel rumspielen, außer ihr wollt die vielleicht ein bisschen größer haben, dann die Size etwas ändern, beziehungsweise der kleine ebenfalls die Size einfach runterstellen ein bisschen. Gut. So, das letzte, was man hier noch für den In-Run benötigt, ist dann der Frame. Und zwar ist das die Höhe des Frames und das Y, wo startet es, funktioniert ein bisschen anders. Dafür werde ich wieder Paint öffnen. Dafür, das wird ein bisschen nämlich anders generiert, ein bisschen. So sieht man was. Ja, ich muss es vielleicht ein bisschen höher machen, im Moment. Da sieht man es ein bisschen anders. Da hat man quasi dort die Werbung, steht MediaMond oben. Wenn ihr kein Pack habt, natürlich kein Grafik-Patch, steht halt MediaMond. Dann zeichne ich das mal auf, was das genau ist. Dann bestimmt man erst zum Beispiel eine Y-Höhe und dann die dann zum Beispiel hier die untere wäre. Hier Y ist, sagen wir mal, minus 0,6 von der Höhe des In-Runs, also ein bisschen drunter und geht dann bis auf In-Run-Höhe. Das wäre dann wieder, dann müsste man das H nämlich gleich 6 machen. 0,6 machen. Ist es interessant zum Beispiel, von hier wäre es dann nämlich ausgerechnet 0,6 hoch. So kann man das quasi sehen. Das speichern wir natürlich nicht. Hier schaut es dann zum Beispiel an Eisenerz hier dann so aus. Ich muss es natürlich erst wieder umstellen. Natürlich so. Am Beispiel Eisenerz würde es dann zum Beispiel so ausschauen. Das ist nämlich sehr, sehr niedrig. Das, wo eben Deluxe-Sheet schon 4 draufsteht, hier unten. Das ist der Frame. Das ist quasi nur das, was hier bestimmt wird. Der Frame. Das wäre mal der erste Teil des ersten Videos, würde ich mal behaupten. Nächstes Mal werden wir uns dann aber wirklich draufstürzen, den D-Hill zu machen und das Terrain, das man dann hier schon sieht. Nämlich hier der Aufsprunghang und das Terrain an sich werden wir dann das nächste Mal machen. Da sind nur noch Profile, die noch stehen müssen, dass man auch das Ganze starten kann und ist auch leichter für später zum Beispiel. Muss man aber nicht. Das ist nur am Anfang auf jeden Fall gewesen. Ich glaube, das funktioniert auch ohne den beiden Profilen, um eine Chance zu starten. Na gut, das werden wir uns dann nächste Woche anschauen. Leider geht mir sonst die Zeit aus. Ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn es weitergeht hier beim Tutorial. Und wir werden dann hoffen, dass wir das dann direkt weiterleiten können. Sonst, falls ich dann noch Zeit finde heute, das zu machen, wird jetzt direkt nämlich D-Hill weiter erklärt. Ja, schauen wir mal. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Das wäre dann D-Hill. Und zwar sehen wir hier schon, wie wir das Profil hier eingeblendet haben. Das ist wichtig. Wir brauchen hier Hill Profile. Und dann sehen wir wieder diese Skizze, beziehungsweise Zeichnung, wie auch immer. Ja, und hier sind die Werte meistens in dem Bereich hier unten. Die sind hier die wichtigen Werte hier. Alles, was hier unten ist, ist hier in dem Fall wichtig. Quasi der Auslaufhügel plus die Auslaufzone. Das ist hier wichtig. Der Aufsprunghügel, besser gesagt. Und der Auslaufzone. Das ist hier wichtig. Bis inklusive dem Punkt U und drüber. So, da haben wir jetzt echt viel vor uns. Und zwar sehen wir hier schon die ganzen Sachen. Die stehen auch hier nochmal beschrieben. Aber nicht alles wird auch hier wieder mal gebraucht. Gut, dann werden wir das hier wieder an dem Beispiel checken. Hier Alpha. Als erstes haben wir mal gesehen. Das ist nämlich der Winkel zwischen dem Inrun, also dem Anlauf, und dem Aufsprunghügel selbst. Das ist nicht das Alpha, das hier ist, sondern das Beta Alpha. Was wir hier gegeben haben, das bedeutet wiederum, dass das hier nicht gleich ist. Obwohl hier Alpha steht, bei Profile und hier. Der Wert ist meistens nicht angegeben. Muss ich hier wieder auf die Dinge wechseln. Das sind nicht die gleichen, die hier. Das Alpha und das Alpha ist nicht dasselbe. Dadurch, das kann mal zu Verwirrungen kommen, dieser Winkel ist auch meistens nicht angegeben. Das heißt, der Winkel ist meistens gleich oder kleiner von diesem Alpha. Ich habe das hier mal genommen. Hier und da kann der angegeben sein. Ich glaube, hier war er nicht angegeben. Ich habe das hier mal ausgetestet, so ungefähr ein bisschen. Und bin dann so in die Richtung auf das Ergebnis gekommen. Eigentlich habe ich hier noch ein paar Zeilen einfach getippt. Also es muss auf jeden Fall kleiner sein. Manchmal ist er gegeben, aber da muss man gucken, wenn der mal gegeben ist. Aber dann ist er unter Beta Alpha angegeben oder Beta A bei älteren Schanzen. Bei neueren ist er nicht mehr angegeben. Dann kann man den wahrscheinlich irgendwie ausrechnen. Aber er ist auf jeden Fall meistens kleiner als der hier oben. Das ist hier wichtig. Dann haben wir ein ganz wichtiges Verhältnis. Hier H und N haben wir. Da gibt es unter anderem die Höhe. Das ist aber nicht die Höhe der Gesamtanlage. Sondern wenn wir das hier aufmachen. Ich mache das mal ein bisschen klein, damit man es besser sieht. Ich mache das hier. Huch, nee, nicht ganz groß werden. So, ich mache das hier hin. Da sehen wir hier das H. Und hier das N. Ganz wichtig, um quasi die Schanze größer, in Form von dem Aufsprunghang steiler zu machen. Kann man entweder das H machen oder das N kürzer. Und je nach Schanzengröße gibt es auch noch auf der Webseite ein Tool. Wenn man den K-Punkt weiß, gibt es auf der Webseite noch folgendes Tool. Und zwar haben wir hier den HN-Kalkulator. Da muss ich nur kurz umstellen. So. Hier den HN-Kalkulator. Den findet man hier unter Utilities. Da gibt man seinen K-Punkt ein. Und da bekommt man eben den Winkel hier raus. Und eventuell, den kann man dann wählen. Zum Beispiel jetzt bei, was habe ich hier, 35 Meter. Da haben wir zwischen 8 und 9,07 wäre Optimum. Aber wir haben hier ein bisschen weniger. Weil, naja, das macht nichts aus, würde ich jetzt mal behaupten. Aber hier wäre quasi der normale Winkel. Ich hatte den gleichen Kitzball angegeben. Weil es ein bisschen eine ältere Schanze ist, glaube ich, von der Homolokulation. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall, das wäre irgendwo zwischen dem hier, wäre dann der optimale Winkel von Alpha. Den habe ich schon mal gesehen. Und dann das optimale HN-Verhältnis. beziehungsweise dann hier einmal N gegeben. Das H bekommt man dann. Hier die Höhe müssen wir dann eingeben. Die Höhe wäre dann, keine Ahnung, schauen wir mal 50 oder was. Was auch immer. Oder 35 oder was auch immer. Oder sagen wir mal 15. Dann bekommen wir die optimale Länge für das ganze Konstrukt hier. Aber die meisten, aber wenn man einen realistischen HN hat, dann ist das auf jeden Fall in dem Sinn wichtig, dass man, man hat dann beides gegeben. Aber das ist, und das macht halt, das ist halt quasi das hier zuständig, um das H beziehungsweise N zu vergrößern. Und man braucht immer ein gewisses Verhältnis bei einer gewissen Größe, dass er ungefähr funktioniert. Man kann sich nicht immer daran richten, weil auch das Spiel Limitationen hat, aber ungefähr kann man sich nach dem richten. So, dann gibt es L1 und L2. Das ist dann der nächste Punkt. Da muss ich wieder hier rauf gehen, auf das Ganze. Da schauen wir mal hier. Ach, das ist wieder groß. So, schauen wir wieder hier rein. Dann haben wir L1. Das ist die Länge der Kurve zwischen Anfang der Landezone und des K-Punkts. Das ist quasi von der Landezone, das ist quasi wo die blaue Plastiklinie am Hill im Spiel anfängt, bis zum K-Punkt, die Länge. So kann man das quasi eingeben. So startet es quasi, wenn man zwei Meter hat, dann startet es zwei Meter vor deinem K-Punkt. Wenn man es noch größer haben will, bei einer Flugschalte zum Beispiel, hat man vielleicht 20 oder 30 oder 35 oder 40 Meter. Und ja, das wäre quasi der Anfang, die erste flache Fläche, wo man dann landen kann. Der Landebereich quasi zwischen ersten Landepunkt und K-Punkt. Also Anfang blauer, ob blaues Plastik bis Ende blaues Plastik. L2 macht dasselbe, nur ist das dann zwischen K-Punkt und Hill-Size. Das ist also ein bisschen weiter unten. Das ist dann eben von hier vom K-Punkt zum L, was hier dann quasi die Hill-Size ist in dem Fall. Gut, das wäre mal das. Dann geht es weiter zum A. Das A in dem Fall, zumindest jetzt bei mir hier, ist der Auslaufbereich. Das ist quasi von der Sturzlinie bis zur Bande beim Auslauf. Das ist dann das Ganze hier eigentlich schon wieder erledigt. Das ist mehr oder weniger, wie viel Auslauf man braucht. Das ist einfach nur, dass man rechtzeitig stehen bleibt. Gut, dann was haben wir als nächstes? Beta-P, normales Beta und Beta-L. Da werde ich das mal wieder groß machen. Dann haben wir einmal Beta-P. Das ist der Winkel beim Anfang des Landepunktes. Beta ist der Winkel bei K, also beim K-Punkt. Und Beta-L ist der Winkel bei der Hill-Size. Also so kann man das quasi zur normalen, zur flachen Ebene, also quasi hier zu dem. Das heißt, der kann im, ich würde sagen, das ist am höchsten, das ist dann der zweite Wert und das ist dann der dritte Wert. Dass man hier einen smoothen, also einen schönen, in einem Guss laufenden Hügel hat. Und ist das wichtig, dass das der größte ist oder gleich groß. Die sind meistens gleich groß oder der ist ein Ticken größer im Komma-Bereich. Und dann kommt eben K und L. Je nachdem, wie größer ist. Das haben wir hier zum Beispiel bei der Schanze, die ein bisschen kleiner ist. Haben wir hier zum Beispiel 33,51, 32,01 und 28,93. Geht natürlich auch noch mehr rundherum, aber so um die 38 ist, glaube ich, so ein Beta auf einer Flugschanze so ungefähr mal berechnet. Also so in dem Bereich bewegen wir uns. Also so viel über 40 würde ich nicht gehen. Ich würde so sagen, zwischen 27 und 40 ist, glaube ich, das, was man so sieht. In echt. Vielleicht würde ich auch sagen, zwischen 30 und 40. Zumindest für die ersten zwei wäre so ein normaler Wert. Und dann geht es weiter mit R1 und R2. Ja, die sind zwar sehr hoch, die Werte, denn die sind ein Radius. Das heißt, es ist nur die Krümmung hier durch diese zwei Werte bestätigt. Also das kleine Stück, wenn es auch nur zwei Meter sind, hat einen Radius von 84 Metern. Das heißt, es ist fast eine gerade Linie, aber nicht ganz. So kann man es dann ungefähr sagen. Dasselbe gilt auch hier. Der RL ist natürlich der Radius zwischen der Start der Auflandezone bis zum K-Punkt. Und bei R2 ist es von hier zu hier. Und ja, was haben wir dann noch? Weiter geht es dann mit zum Beispiel BK. Das bedeutet wiederum, dass... So, hier. Haben wir auch wieder hier. Brauchen wir hier. BK ist Ende der Auslaufzone. Oder besser gesagt, Anfang, Hill-Size, Ende, Auslaufzone. Meine Güte. So in der Richtung. BK ist kurz vor knapp. Hier quasi. Dann haben wir BA. BA ist ganz zum Schluss beim Auslauf. Das ist hier mit BU gekennzeichnet. Aber es ist in Wirklichkeit BA im Spiel. Der ist immer einen kleinen Ticken größer als der beim... Also das ist der beim K-Punkt, genau. So war das. Das ist nämlich das BK. Das ist die Breite beim K-Punkt des Auslaufs. Oder der Landezone, wie auch immer. So. Und dann haben wir jetzt noch HR und NR. Ja, das ist der Radius, soweit ich das mitbekommen habe, beim Auslauf. Da haben wir einmal einen Radius hier beim Auslauf. Das ist dann das AR, falls es hochgehen soll. Und das HR ist, glaube ich... Ich glaube, das ist HNR. Ich weiß nicht genau, was beides macht. Aber ich glaube, das sind für die Kurve hier zuständig. Beziehungsweise für die Krümmung der Kurve. Ich weiß nicht, was was macht. Aber eins von den beiden, die zwei Werte bestimmen das auf jeden Fall. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Aber das machen die beiden hier. AR ist auf jeden Fall für den Radius vom Auslauf zuständig. Dann wird NR die Länge dann sein. Des ganzen Stückes, die hoch geht. Ja, boah. Mal kurz ein bisschen Luft schnappen. Dann haben wir hier K38, beziehungsweise Hils. Das ist 42. In Kitzbühel ist der K. bei 38. Und die Hilsa ist bei 42 Meter. Und das sind genau die zwei Werte, die hier zum Schluss nochmal gezeigt sind. Hier und hier. Gut. Das war mal alles zum Profil. Das nächste, was wir jetzt dabei haben, ist der Fens. Das ist der Zaun, der um den Auslauf hin rundherum steht. Wenn ihr Werbung haben wollt, dann braucht ihr genau das, was hier steht. Ich habe das nur auf 0,01. Das bedeutet, dass man den Zaun in den Boden versinkt und den eigenen bauen kann. Aber wenn ihr das nicht wollt, dann macht ihr einfach das zum Beispiel auf einen Meter hoch. Dann habt ihr den schönen Mediamond Zaun, wie im ganz normalen Spiel habt ihr den dann. Und dann geht es auch schon weiter mit dem nächsten Punkt. Und zwar haben wir hier den Judge Tower, also den Richterturm. Da haben wir D, Q und H und ganz komische andere Sachen noch stehen. Das werde ich euch auch zeigen, was das jeweils bedeutet. Da machen wir das natürlich erstmal ein bisschen größer. Das habe ich hier vergessen, dass das auch geht natürlich. Machen wir größer. Dann haben wir einmal. So, wo haben wir das denn? Na, so. Haben wir einmal D. D wäre jetzt hier bei uns 68. Ja gut, dann schauen wir, was D ist. D ist die Länge vom Absprung weg bis zum Ende des Richterturms. Bis zum Ende des Richterturms. Q haben wir dann gegeben. Das ist quasi von der Mitte der ganzen Anlage bis zum Anfang des Richterturms. Und dann haben wir noch die jeweilige Höhe. Die ist nämlich steigernd, wie man hier sieht. Da muss ich wieder ein bisschen ran zoomen. Die ist nämlich hier steigernd, nämlich plus 4. Das heißt, die ist halt 4 Meter über dem Boden. So, wie ich das verstanden habe. Dann haben wir zwei verschiedene Texturen. Einmal die Haupttextur, die ist für den ganzen Aufbau, Vorbau, Hinterseite, die Wände halt auf jeden Fall. Textur 7 haben wir hier Wood. Dann ist es aus Material Wood XML. Und dann haben wir hier die einzelnen, meine Güte, meinsen dann Colors. Das ist Color 1. Das ist halt die Farbe, die dann das Haus hat. T und dann T2 und M2 und C2 ist dann die Textur vom Dach, das Material vom Dach und die Farbe vom Dach. Eigentlich so viel auch dazu. So, ja, die Materialliste steht natürlich auch auf dsut24.pl, also da könnt ihr auch easy reinschauen. Aber meistens ist es Materials und dann irgendeine XML-Tatei, so wie hier angegeben, hier beim Wood im Moment. Okay, nächster Punkt. Haben wir Windflaggen. Braucht man auch hier und da mal. Da würde ich einfach empfehlen, kopiert das einfach, spielt da nicht viel rum. Wenn mal was passiert von der Höhe her, dann kann man die ein bisschen runterstellen hier. Aber sonst sollte das eigentlich passen. Oder wenn mal das Terrain ein bisschen niedriger ist als gedacht, dann macht ihr halt y ist gleich zum Beispiel minus 1. Dann geht das jedes Mal einen Ticken nach unten, wenn ihr das braucht. Und D6 ist der Abstand zwischen den Windflaggen, also das sollte dann kein Problem sein. Am besten einfach kopieren, ist hier meine Devise bei den Windflaggen. Dann Measures. So, nächstes Feature für den Hill ist Measures. Das sind die Farbe 1 und Farbe 2, die muss man nämlich nur einfärben. Das sind die Männchen, die man sieht, wenn man springt, die auf der Seite einfach stehen, alle 10 Meter, um quasi, ja, wie früher so ein bisschen die Hand zu heben dann, wenn die dort ungefähr gelandet sind. Das sind die Measures, das sind halt die Leute, die am Rande der Schanze stehen. Nicht die Zuschauer, sondern die Einzelnen, die alle paar Meter eben stehen in den, ich glaube die Default Colors sind blau und dunkelblau oder so irgendwas, bin ich mir nicht sicher. Gut, weiter geht's. Das, was wir brauchen, ist auch interessant, Plastik. Plastik ist die Sommermatten und da braucht man nur eine Farbe. Am besten eine sehr farbenlose Farbe, weil dann sieht man das Ganze besser, wenn man springt. Also ein bisschen sowas im grauen, dunkelgrünen Bereich, sowas in der Richtung ist vielleicht nicht schlecht. Oder einfach so ein standardmäßig lassen, was ihr auch immer von wem auch kopiert. Da braucht man nicht wirklich viel rumspielen. Weiter geht's mit den Linien. Alles klar. Also die Linien sind hier im Sommer, kann man die minimalen Linien machen. Das sind die einzelnen Linien im... Da muss ich wieder mal starten. So, starte ich mal kurz. Okay, okay. Da muss ich kurz das hier wechseln wieder. Pam. Da schauen wir uns mal hin. Schauen wir uns mal an, was das Ganze zu bedeuten hat. Da schaue ich jetzt zum Beispiel wieder, weil es ein guter Vergleich ist. Auf zum Beispiel Eisnerz. Drücken mal F8. Die einzelnen Linien sieht man hier. Das sind die grün gestrichelten Linien mit den Ästchen. Die voll durchgezogenen sind die 10 Meter Linien. Die halb durchgezogenen, sage ich jetzt mal, sind die 5 Meter Linien. Und das ist genau das, was hier in dieser Linie beschrieben wird. Wir haben hier von 25 Meter bis 45 Meter im Sommer und 25 bis 50 im Winter haben wir die Linien. Das ist das, was diese Linie sagt. Die nächste Zeile geht dann Hand in Hand mit dem, was wir hier schon gezeigt haben. Das zeigt uns dann die Nummern. Und zwar die Nummern sind die Nummernschildchen, die neben der Schanze stehen. Und das sind hier von 20 bis 25. Und zwischen K-Punkt und HILSYS stehen die eben automatisch. Die braucht man also nicht hier reinschreiben. Gut, dann noch zu guter Letzt steht hier auf vielen Schanzen ein Name drauf am Hang. Ebenfalls in den Ästchen, mit den Ästchen. Und das ist quasi das hier. Das ist bei 1,70 Meter. Steht hier dann Kitzbühl. Und in der Größe vom Text von 3,5. Das ist ja das zuständig. Und das war mal die grundlegenden Sachen für D-HIL. Es gibt noch eine Sache, aber da muss ich nochmal kurz sorry sagen. Denn das Licht, die Lichter, die kommen erst dann im nächsten Video. Die kommen dann auch noch hier mit dazu. Aber ich habe noch keine Lichter gemacht. Das heißt, da muss ich mich noch ein bisschen reinfuchsen. Und ich hoffe, ihr nehmt mir das dann nicht so übel. Aber das kann man hier machen, wenn man eine Schanze fertig, die man zumindest am Tag springen kann. Gut, das war dann D-HIL. Ein Punkt haben wir noch vor uns heute. Und ohne das jetzt mal genau zu erklären, springen wir mal kurz wieder hier auf das ganze Bild. Und zwar werden wir uns jetzt Profile kopieren. Die könnt ihr euch auch einfach kopieren. Das sind die Profile in dem Sinne jetzt. Das sind Inrun links und Inrun rechts. Also für die jeweiligen Seiten gibt es noch einen Befehl, dass man zum Beispiel auf einer Seite besser arbeiten kann als auf der anderen. Das würde ich dann genau so einschreiben. Das ist quasi nur der Befehl, dass es anfängt und dass es eine Linie gibt, wo das dann gilt, der Befehl quasi. Das sagt das alles aus. Das ist einmal für rechts, einmal für links von der Schanze. Und ich würde mal sagen, dann überspringen wir das mal. Das einfach so kopieren ist mein Tipp erstmal am Anfang, bevor ich das euch so richtig erklären kann. Das werden wir dann auch erst später machen. Und dann kommt noch das vielleicht größere Thema noch, ein größeres Thema. Und zwar haben wir zu guter Letzt das Terrain. Terrain, 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 Terrain. Das Terrain, das Gute. Und zwar haben wir hier Profile. Das ist mal das erste des Terrains. Ich würde mal sagen, kopiert das mal am Anfang. Macht da nichts viel rum, aber ich werde euch trotzdem mal die erste Linie hier erklären. Dann, den Rest müsst ihr noch nicht so rumspielen, aber ich werde euch trotzdem eine kurze Einlage hier geben, was heißt. So ein bisschen. Aber nicht ins Detail gehen. So, In-Run haben wir hier zum Beispiel. Also Profile, dann haben wir I-N. I-N steht für das In-Run-Gewicht. Das heißt, wie tief der In-Run in das Gelände sinkt. Und eins ist normal, dann ist er glaube ich so Daumen mal Pi einen halben Meter oder sowas. Oder irgend sowas in der Richtung. Oder zwei, 20 Zentimeter, irgendwie sowas in der Richtung. Irgendwas dazwischen über dem Terrain. Alles was mehr ist, also selbst ein 0,05 Unterschied kann schon sehr viel ausmachen. Ich habe zum Beispiel bei Murau, wo ich genau am Terrain bin, habe ich 0,75 dazugefügt. Und das war schon fast zu viel. Also da eher vorsichtig umgehen. Und ich würde erstmal hier damit beginnen, dass wir hier mal starten mit dem In-Run von 1. Das ist immer so eine gute Wahl. Dann kommt Y-N 0. Das ist der Horizont, die Horizonthöhe. Da würde ich nicht viel rumspielen. Lass das einfach auf 0. Wenn ihr das höher oder tiefer macht, weiß ich nicht ganz genau, was passiert. Aber ich denke mal, es könnte sein, dass die Berge hochgehen. Oder auch nicht. Ich würde also, nee, Blödsinn, das ist was anderes, okay. Ich würde bei diesem Wert nicht viel rumspielen generell. Aber ihr könnt mal schauen, was es macht. So viel ist sicher, aber 0,0 ist der sichere Wert hier. So, die Smooth Distance, SD. Ein hoher Wert, der Standardwert ist 10. Ein höherer Wert sorgt für sehr viel natürlicheres Gebiet. Ein kleinerer Wert sorgt für viel Zacken im Terrain. Also 350 für so ausgewaschene Hügellandschaft mehr oder weniger. Und ein kleinerer Wert, so unter 10, ist dann sehr spitz, sage ich jetzt mal an der Stelle. Das ist, was der Wert macht. D ist die Fade Distance. Das macht auch einen, ist auch ein Smoothness Faktor, sage ich jetzt mal, der in der Weite dann gilt. Also, ja, ist halt schwierig zu erklären, aber das sind alles so Faktoren, die für die Smoothness und so weiter, ja, vorhanden sind. Die Fractual Scale, das habe ich mir aufgeschrieben. Da muss ich kurz mal Excel öffnen. Das habe ich mir aufgeschrieben. Die Fractual Distance ist, da ist auch, es erhöht auch die Smoothness hier an dieser Stelle. Also auch das ist für die Smoothness und da sieht man zum Beispiel, der Default ist zum Beispiel 0,1, kann man ein bisschen höher stellen, ist jetzt nichts Tragisches, sage ich jetzt mal, was der ändert. Ungefähr 0,5 ist, 0,1 ist hier Standard bei Fractual Scale und bei Fractual Smoothness. Da haben wir auch Ähnliches. Das ist auch ein Smoothness Faktor, wie man hier sieht. Das habe ich mir aufgeschrieben. Ja, das ist so meine Notizliste, ich habe sie einfach anders benannt. Ja, da kann man das schon mal machen auch. Wie gesagt, es sind alles Smoothness Faktoren in verschiedenen Details. Wenn man irgendeinen Teil erhöhen will, denke ich mir, da muss man einfach hier rumprobieren bei dem Profile, aber ich würde es ungefähr so lassen, mal am Anfang. Und dann kann man ja ein bisschen rumspielen. So, dann RS ist der Seed, der Gips, wie man hier sieht, kann irgendwo zwischen, keine Ahnung, 0 und 2000 sein oder vielleicht noch höher, ich weiß es nicht, wie hoch der geht. Das Höchste, was ich gesehen habe, war, glaube ich, 2000, auf jeden Fall unter 2000, ich bin mir nicht sicher. Hier, wie hoch der gehen kann, aber das ist quasi der Randomness Faktor. Da kann man quasi ein Random Terrain ausstellen und dann sind hier nur mehr die einzelnen Sachen hier einzustellen. Also da gibt es sehr, sehr viele Kombinationen und ja, da kann man viel zusammensetzen. Da kann man einfach mal rumprobieren, bis man vielleicht das gefunden hat, was man will. Hier ist die Schneefarbe und die Komplementärfarbe, Komplementärfarbe, also so ein bisschen. Da würde ich auch nicht viel rumspielen, wenn ihr Schnee haben wollt. Lasst es einfach so, die beiden Sachen. Und dann gibt es noch TAC, TSC, was TSC, sorry, heißt das. Das ist nämlich der Baumfaktor und der Baum-Smoothness-Faktor, also quasi wie smooth die Bäume platziert sind oder einfach irgendwo. Und da haben wir auch einen Standardwert von 0,08 und 0,4. Das sind die Standardwerte, die im Spiel sind. Also da würde ich auch jetzt nicht viel rumspielen, sage ich jetzt mal. Hier sieht man die Bäume, hier sieht man die minimale Höhe, die maximale Höhe sind das jetzt hier. Und da werde ich mal kurz reinzoomen. Here you go. So. Da werde ich das ein bisschen runterspulen. So, genau, maximale Höhe. Und hier sieht man, wo die maximale Höhe, wo die spawnen. Die minimale Höhe, wo die spawnen, das ist nämlich ganz auf oben, auf die Altitude, nämlich dann beschränkt hier spawnen die dazwischen. Und da gibt es auch einen Baum-Seed wieder, wie die spawnen in welcher Reihenfolge. Das ist auch wieder der Randomness-Faktor quasi. Dasselbe gilt für Blocks. Ich weiß nicht, was das genau sind. Ich glaube, das sind die normalen, die Hochhäuser sind das quasi. Da hat man auch hier solche Sachen. Die spawnen nur zwischen 300 und 33 Meter, kann man aber natürlich erhöhen. Und hier sind die normalen Häuser. Und dann hat man auch einen Account, den man so ungefähr einsetzen kann. Und das wird dann mit dem Faktor hier irgendwo multipliziert. Und da sieht man auch Häuser mit ein Floor und zwei Floors. Oder mehr kann man auch machen natürlich. Und da gibt es auch wieder ein Seed dafür und so weiter und so fort. Also das kann man auch multiplizieren. Ich würde aber nur den Count ändern, um da nicht viel zu viel rumzumachen. rumzumachen. Und dann haben wir noch die Zuschauer. Die kann man einstellen auf welche Entfernung die maximal sich verbreiten. Das habe ich hier angestellt. Und dann sieht der Zuschauer, wie sie wieder stehen. Und natürlich, wie weit, wie viele Zuschauer maximal hier unten stehen. Gut. Das war mal das. Und dann schauen wir uns mal, was wir hier jetzt heute zusammengebracht haben, haben erstmal an. in der Aufnahme. So, wenn man das jetzt alles gespeichert hat, ist das hier erstmal unser Ergebnis. Wir haben hier den Inrun, das Terrain so ein bisschen und dann natürlich auch den Aufsprung. Und das ist jetzt unser Ergebnis. Jetzt schauen wir mal, startet natürlich sehr langsam, ist eine kleinere Schanze natürlich. Aber sie ist schon mal springbar. Das haben wir hier und heute geschafft. Wir müssen vielleicht dann auch hier und da ein bisschen was umstellen. Ich meine, es sind viel zu viele Zuschauer hier zum Beispiel. oder andere Sachen, wie zum Beispiel vielleicht auch den Bau dann um die Schanze rundherum. Aber das ist erstmal unser Ergebnis hier. Vielleicht auch noch natürlich den Judge Tower da hinten, den man kurz gesehen hat. Ein bisschen verschieben. Dann zeige ich euch nochmal. Der ist nämlich hier mitten im Wald. Den kann man vielleicht noch ein bisschen hoch verschieben. zum Beispiel hier hin. Und dann sind wir hier mal durch. Und ich würde mal sagen, das ist erstmal alles. Also, wenn ihr Fragen habt, ich mache dann nächstes Mal ein Fragen- und Antworten-Video auf dieses Video. und das werden wir dann vielleicht live beantworten. Also schreibt eure Fragen unter dieses Video. Ich hoffe, ich habe, ich werde irgendwas vergessen haben, auf jeden Fall. Aber schreibt die Fragen unter das Video. Ich habe mir natürlich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Sehen wir uns dann in einem anderen Video wieder. Und bis dahin springt schon brav weiter. Bis zum nächsten Mal.